Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Heute denkt die Christenheit an die größte Materie der Weltgeschichte. Es ist das entscheidende Ereignis der Menschheit. Es ist doch so klein und unbedeutend, dass ein Prediger aus Galiläa hingerichtet wird in Jerusalem, wie es doch vielen Hunderten, wenn nicht Tausenden geschah. Am Passerfest, wohl im Jahre 1933 unserer Zeit, seiner Zeit. Und ich will in meinem Leben nichts anderes predigen, als was dort geschehen ist. Dass der unschuldige Gottessohn, der von keiner Sünde wusste, für mich und für dich den üblen Foltertod sterben musste, gestorben ist, freiwillig diesen Weg gegangen ist. Die Strafe, die mich hätte treffen müssen, hat er auf sich genommen. Ein dunkles Prophetenwort kündigt diesen Karfreitag schon über Jahrhunderte an. Wir haben es als erste Lesung gehört. Jeden Karfreitag hören wir es und wir können uns auch nur vor diesem Wort verneigen. Es ist das Lied über den Knecht Gottes beim Propheten Jesaja im Kapitel 52, 53. Siehe, meinen Knecht wird es gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein, wie viele sich über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So viele Heiden wird er besprengen, dass auch die Könige ihren Mund vor ihm zuhalten werden. Viele Generationen frommer Gelehrter haben mit diesem Text Probleme gehabt und es geht bis in die heutige Zeit. Die Übersetzer der griechischen Bibel, es waren fromme Juden in Alexandria, also in Ägypten, die es aus dem Hebräischen ins Griechische brachten. Und das ist was ganz Wichtiges gewesen, damit ist Gottes Wort schon bevor es das Christentum gab, weit in die Welt ausgestrahlt. Aber die verstanden nicht, wieso der Knecht Gottes die Heiden besprengen würde. Besprengen ist eine Opfer-Terminologie, ein Bundesschluss, der in der Tora ganz klar vorkommt. Ich habe mit einem Freund, einem anderen Pfarrer, haben wir telefoniert und haben noch nachgeschlagen, die Wörter jetzt diese Woche. Und sie verstanden es nicht, weil das doch von dem Opferblut der Tiere kam im Tempel. Und so übersetzten sie, leider die neue Lutherbibel folgt dieser griechischen Übersetzung, er wird sie in Erstaunen versetzen. Das Besprengen meint aber eben, dass die Kraft der Vergebung im Blut Jesu liegt. Und da kommt alles her. Und auch im Vers 9 ändern die meisten Bibelübersetzungen bis heute den Vers. Im hebräischen Original heißt es, und man gab ihm den Grab bei Gottlosen und bei Reichen. Wieso bei Reichen? Sagen die Leute sich und ändern den hebräischen Text in Übeltätern, gleichen das damit an. Der hebräische Text ist aber eindeutig. Von Jesus Christus her wissen wir, dass Josef von Arimathea ihn in seinem Grab lag. Und wer ein eigenes Grab hatte, also eine Höhlengrab schlagen lassen, der war reich. Dieses Gotteswort aus dem Alten Testament redet so offen über Jesus Christus, dass es im Mittelalter leider sogar aus der Synagogenlesung gestrichen wurde. Und so ein frommer Jude mit diesem Text nicht direkt im Gottesdienst konfrontiert werden muss. Es ist ein drastisches Wort. Es spricht davon, dass der Knecht Gottes hässlicher ist, war als die anderer Leute. Jesus war natürlich nicht hässlich an sich. Davon wird nirgend gerichtet, sondern gemeint, ist das Aussehen nach der Auspeitschung, nach der brutalen Folter, die Verhörmethode war. Und am Kreuz wurde er dann sichtbar für alle aufgehängt, dass man auch von Ferne ihn sehen konnte. Und so wurde er erniedrigt und lächerlich gemacht. Und es ist eine gute christliche Praxis, auch wenn ich das Kreuz beiseite geräumt habe, haben wir Christus am Kreuz, dass man sich diesen Jesus vorstellt, wie er am Kreuz hinkt. Und das können wir uns gern sehr brutal vorstellen. Dass wir das im Gebet tun mit geschlossenen oder geöffneten Augen. Die Bilder wollen dazu helfen, dass es vor das innere Auge kommt. Denn so hat Christus gelitten für dich. Paulus spricht davon, zu den Galatern, dass er ihnen in der Predigt nichts anderes gesagt hat, als Jesus Christus vor Augen zu malen. Damit ist dieses Vorstellen gemeint. Und tu dies heute, an diesem großen Versöhnungstag am Karfreitag. Aber auch sonst, immer wieder, darin steckt die wahre Kraft des Kreuzes. Und er wird viele Heiden besprengen, dass Könige ihren Mund vor ihm zuhalten werden. Damals, als der Prophet Jesaja das schrieb, war das Zukunftsmusik. Welche Könige sollten ihren Mund da vorhalten? Heute ist es schon Realität. Millionen von Christen schweigen heute in Stille. Vor diesem Ereignis. Und viele hunderte, wenn nicht tausende Könige haben das in der Weltgeschichte getan. Schließe dich ihnen an und schweige in Stille und Ehrfurcht. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss aus vor ihnen wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unserer Missetat Willen verwundet und um unserer Sünde Willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wo ein Mensch eine Missetat begeht, da gibt es Konsequenzen. Missetat, ein schönes deutsches Wort, die miese Tat, die schlechte Tat. Es gibt straffrechtliche Konsequenzen, aber auch moralische und geistliche. Es gibt unterschiedliche Dimensionen. Nicht alles, was falsch ist, wird bestraft. Das ist auch gut so. Nicht im Hier und Jetzt vom Staat. Aber die Konsequenz ist die Strafe. Sei es im Hier und Jetzt oder in der Ewigkeit. Die Strafe, die du verdient hast, hat Christus am Kreuz auf sich genommen. Hast du dieses Opfer für dich persönlich angenommen? Nimm es in Anspruch. In einem Gebet, Herr Jesus Christus, ich werfe meine Sünden auf dich, nimm du es an. Ich will dir gehören. Und dann danke ihm. Und der Prophet Jesaja fasst so vieles zusammen, was gegen das Kreuz vorgeführt wird. Er schreibt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemattert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Es ist wunderbar dargestellt, wie das Heilsgeschehen funktioniert. Der christlichen Versöhnungslehre wird oft vorgeworfen, was ist das für ein grausamer Gott, der an unschuldigen Menschen opfern muss, um sich selber zu besänftigen. Diese Gedanken sind gefährlich und wollen nicht verstehen. In Vers 5 heißt es, der Herr, also Gott der Vater, wirft die Sünden auf ihn. Es ist Gott, der handelt. Aber in Vers 6 heißt es, der Knecht Gottes litt willig. Beide haben den Entschluss gefasst, dich zu retten, der Vater und der Sohn. Wer leidet mehr, frage ich euch. Der Sohn, der sich freiwillig opfert oder ein Vater, der einwilligt, dass sein geliebter Sohn, sein einziger, diesen schweren Weg geht. Zum Abschluss noch eine Begebenheit, die mir in den letzten Wochen begegnet ist und die mir die Größe vom Opfer von Jesus verdeutlicht hat. ein Achtjähriger sagt, ich werde darüber nachdenken, als ihn seine Eltern gefragt haben, ob er bereit wäre, Blut für seine Schwester zu spenden, die an Leukämie erkrankt ist. Es wäre überlebenswichtig für sie. Er will nachdenken, am nächsten Tag willigt er ein. Man zapft ihm im Krankenhaus einen halben Liter Blut ab. Nach einer Weile der Arzt vorbeikommt und ihn fragt, wie geht es dir, sagt der Junge, wann werde ich denn sterben? Die leukämie werden unter die leukämie wird ihr Und das wird n die de von und die die